Okay, er kommt, er kommt, er kommt. Es geht los. Spielst du jetzt auch gerade, oder was? Ja. Good luck. Okay. Ich weiß noch nicht was genau. Schein schwarz wie ein Ground Opener. Ich habe schon drei Wyvern gleich. Und er kommt mit Huntress. Ich weiß noch nicht was. Er kommt, er ist so spät. Er hat alles verloren. Hast du das gesehen? Nein, ich spiel gerade, deswegen gerade nicht. Kans gegen Nacht, Alter. Oh shit, er hat meinen Helden getötet. Das war dumm von mir. Alles darf mir passieren, nur das nicht. Ich weiß noch nicht. Los geht es um. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin ziemlich am Arsch jetzt gerade. Ich glaub ich hab das verloren. Glaubst du? Oh. Das war's für heute. Aber ich hab's nicht zu 100% verloren. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß. Es ist sicher. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Ich weiß. Es ist sicher. Schau mal. 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 Das ist jam. Schau mal. Es sieht nicht gut aus. Eins denn. Es sieht wirklich nicht gut aus. Weil ich ähh ich hab halt ähh. Er hat ein Thunder Level 6 gleich. Ich hab das Ziel nicht geküssen. Ich hab jetzt zwar einen Top, aber... ...der mich retten wird, weiß ich noch nicht. Oh nein, sein Panda ist Level 6. Jetzt hab ich ein ziemlich dickes Problem. Jetzt hab ich ein ziemlich fettes Problem. Oh, ich liebe das Warcraft 3-Spiel manchmal, ne? So, wegen solchen Scheißen... ...und dann spiel ich gegen einen Palo-Rython-Spieler, ist klar. Das ist ein Palo-Rython-Spieler. Den kenn ich ja auch gut. Hm, was spielt man denn gegen Palo-Rython-Spieler? Yes, War-Chief? My eyes are open. Blade Master, oder? Weißt du was? Weißt du was? Ich glaube, ich werde Blade Master spielen. Und werde... Und werde... rüber laufen. Auch noch. Ja, weil sein Paladin, solange der nicht Level 3 erreicht, ist alles eigentlich easy. Sollte er aber Archmatch spielen, hab ich ein Problem, da ich ein Blade Master tricke. Ja... Let's go... ... 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 Wie kann ich helfen? Es ist auch nicht so gut. Ich bin fast hier drin, aber... ...mach... ...auch... ...schuldig... 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 ...is das... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.